Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Geheimnis. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Geheimnis ist wie ein magischer Schatz, den wir für uns behalten. Ein Geheimnis ist wie ein magischer Schatz, den wir für uns behalten. Die Überraschungsparty für Oma ist ein großes Geheimnis. Kannst du das Geheimnis des verzauberten Buches erraten? Kannst du das Geheimnis des verzauberten Buches erraten? Kannst du das Geheimnis des verzauberten Buches erraten? Manchmal flüstern sich Freundinnen Geheimnisse ins Ohr. Die Schatzkarte birgt ein spannendes Geheimnis. In der Märchenwelt gibt es oft geheimnisvolle Wesen. In der Märchenwelt gibt es oft geheimnisvolle Wesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017